Warum in die Ferne schauen, wenn das Gute liegt so nah? Ich lade dich ganz herzlich ein zum Alpha-Live-Kurs. Komm mit all deinen Fragen, die du hast über Gott, über die Bibel, über das Leben oder über Jesus. Wir lachen viel, aber wir gehen auch auf tiefe, ernstere Fragen ein. Seid offen, wir sind's auch. Ich lade dich ganz herzlich. Ich lade dich ganz herzlich. Ich lade dich ganz herzlich.